Am 5. Januar 2018 war es mal wieder soweit. Die Villa Böhm in Neustadt an der Weinstraße veranstaltete erneut eines ihrer populären Treppenhauskonzerte. Nicht nur wegen den Konzerten oder dem architektonisch bemerkenswerten Gebäude kommen die Besucher auf ihre Kosten. Das Stadtmuseum bringt Interessierten auch die spannende Geschichte Musbachs näher. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Kunstgalerie. Dort können verschiedene Künstler ihre Werke ausstellen. Durch das Weingut Sommer aus Hambach wurden die Gäste auch kulinarisch mit Fingerfood und Wein versorgt. Um 20 Uhr war es dann soweit. Der Grammy-nominierte Echo-Preisträger Joe Kraus mit seiner Trompete, begleitet von seinem Gitarristen und Workshop-Dozenten Christoph Neuhaus, machten das, was sie am besten können. Musik. Dabei wurden klassische Stücke durch elektronische Elemente ergänzt. Wer Lust bekommen hat, dieses Event einmal hautnah mitzuerleben, hat am 2. März erneut die Chance dazu. Sönke Meinen und Lucia Rupp werden in der Villa zu Gast sein. Musik. 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 Musik Musik